Da geht noch was, oder? Nee. Warum nicht? Weil ich Level 2 bin. Ja, die doch auch. Jetzt kehle die doch. Mann, du bist so fett. Was ist die Charaktion für eine Messe? Das ist quasi eine Gaming-Messe. So wie Gamescom. Nur ein bisschen kleiner. Hier gibt es auch noch eine Lernparty und so. Ist kuschelig, finde ich. Ich finde es richtig geil, muss ich sagen. Es ist geiler als jetzt andere Gamescom oder so. Weil Gamescom zum Beispiel immer viel zu überfüllt ist. Oh shit. Junge, ich musste richtig rudern bei deiner Maus, Alter. Junge, Johnnys Maus ist so langsam eingestellt, dass ich gerade viermal über den Tisch ziehen musste, bevor ich annehmen konnte. So, Kutscher. Ich spiele aber auch mal. Nein, ich spiele Kali. Was machen wir jetzt hier? Du hast hier ein Weigang? Weihmitte? Ach, ich bin ja Mitte. Hä? Nein, du machst was schon willst. Junge, ich bin ja auch der Meinung, dass diese Tische nicht für Menschen in meiner Größe gebaut worden sind. Junge, meine Beine ging quasi nach oben so tief ist der Scheiße, Mann. Kutscher, rechts kannst du einen Tisch nicht machen. Nicht so ein Hund, ne? Hab mich so gefreut, ey. Boah, ich hab hier echt einen Pull bekommen, ne? Ja, den Zeilen habe ich auch schon am Sack. Also, ich kann ja leider sagen, es wird sehr, sehr wenig gäng. Das ist nicht schlimm. Ich bin auch autark, weißt du. Scheiße. Ah, nicht brüchig. Ich meine, Johnny. Ich hab ein bisschen geinselt gerade. Der hat keine Gnade. Also, der kann mich jetzt auch nicht so wirklich umbürsten. Komm mal. Seid eh raus. Flash hat er ab. Eieieieieieiei. Da geht noch was, oder? Warum nicht? Weil ich Level 2 bin. Ja, die doch auch. Jetzt geh den noch. Mann, du bist so fett. Johnny, du siehst die Limits einfach nicht. Ja, der ist ein Blasting Bond, ne? Ja. Ja. Scheiße. In meinem Chat steht, dass man dich reporten sollte. Verstehe ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Alles klar, das kriegt jetzt schon wieder Probleme, ne? Auf den Trick falle ich jetzt noch mal rein. Nee, ich sag's nur. Ich spreche so ein bisschen für mich selber, weißt du. Jetzt ist der wieder da und hat noch ein Darksteel extra. Das seh ich. Aber ich haue mich auch schon gut auf die Schnauze, muss ich sagen. Der kommt zu dir. Ich mutier hier in Eilus. Ja, das ist schwierig. Das können wir, glaube ich, nicht spielen. Ich hab jetzt 3 CS dafür gemischt, ich sag's nur, ne? Leid, dass mein Schmerz dich so aufgehalten hat. Ich muss auch sagen, wir haben ein bisschen überrascht, dass der Blitzprank da ist. Ja, das hat mich auch sehr gewundert. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich realisiert hab, was das überhaupt für ein Champion ist. Ja, die werden leider hier... Ich bin tot. Scheiße, Mann, das ist alles Kacke, Johnny. Das will ja von dir, den kann ich nicht, der hat keine Ult. Eieieieiei. Okay, aber die Tavia hat nicht den Break gemacht. Oh, hieß da. Ist sie das? Ja, mit Blitzprank. Da geht's aber richtig was los, ne? Die Avengers in der Midlane hier. Aber es ist okay-isch verlaufen insgesamt. Das gehen sieht schon wieder komplett Arsch aus. Die Games ist komplett lustig. Junge. Ich mein, wir haben Moe-Scaling, wir haben Smaller-Scaling. Oh, stark. Ist auch noch ein Tardier dahinter. Schönes Movement. Stark. Komme. Nervt mich, dass ich den nicht killen konnte jetzt. So, wow. Ich glaube, die spielen mit dem übel Ping-Pong, ne? Also, es ist wirklich gottlos. Weiß ich nicht, Mann. Weiß ich wirklich nicht. Ey, ich will auch den Kill haben. Können wir hier bitte irgendwas machen? Ob wir bitte was machen können? Kommo. Scheiße, Mann. Ich hab mir schon wieder alles gebrochen beim Zugucken. Junge, du bist wirklich, du bist ja noch schlechter als ich im Juggle. Das ist so Arsch, was du machst. Ich hab ULT nicht ab gehabt, Mann. Danke. Ich hab ULT auf Cooldown. Das ist so Arsch, was du da machst. Was musst du denn alles machen, damit du den killen kannst? Das gibt es nicht. Boah, Junge. Machst mich so sauer. Junge, der kommt auf meine scheiße Länge ran und stirbt einfach. Okay, wir machen das nochmal, Johnny. Na, kein Fall. Komm, ich doch mal bitte. Warum denn nicht? Wir haben ja durchbeleidigt. Ja, mal... Also... Oh Mann, okay. So, ihr gewinnt das vor allem über Serien. Muss ich sagen. Was ist eigentlich mit den Jungs los hier in der Mitte? Ah, der Pinzberg weiß, seine Zeit läuft ab. Ja. So, jetzt ist euer Botliner gest... Ey Junge, was ist denn hier los? Junge, ich steh 1,4. Das ist so kacke, Mann. Ja, das ist ein kackes Netz. Danke. Das ist wirklich bodenlos. Das gibt's nicht. Junge, ich bin so sauer, Johnny. Okay, okay, okay. Ja, ich weiß nicht, was in der Midlane los ist. Die stehen halt unter Druck, ne? Die müssten... Wir outscanen die, aber... Tun wir das. Dann wird ja mitte trotzdem wieder fight immer noch geflippt. Ich flipp hier überhaupt nicht. Kannst du dich einfach auf die Botlane konzentrieren, dass du die durchs Game bringst? Du hast mir jetzt schon genug geholfen. Also, ich bin jetzt fein. Hilf gern auch noch bei anderen Lanes mit. Ich kann jetzt wirklich gar nicht mehr fighten gegen den, glaub ich. Obwohl, ich probier's einfach. Also, ich glaub, wenn wir den Zeit ist, jetzt nicht noch 10 Kills gehen, dann kriegen wir das Geld. Aber ich hab den gerade komplett gefickt, ne? Ich sag dir, wie's ist. Ich geh jetzt Bot, ne? Das ist, glaub ich, das Play. Ne, da ist Johnny, Leute. Ich geh auch nicht Bot. Du bist so... Mann, ich hätt' so gern auch was abgekriegt. Johnny, aber immerhin Kill. Gut gemacht. Jawoll. Unsere mittleren Characters. Pass auf, hier, zack. Oh, fuck. Oh, stark. Komm, bitte, schau. Mach's dir lang. Ja, nehmen wir. Schönes Tag. Oh, hier noch schön Mastery-Symbol, ne? 2,5 AK. Ich hab auch mal ein bisschen DM. So, ich bin jetzt wieder in-game. Also, ich bin komplett online jetzt. Bin ja ein Harry dran. Ja, ich hab hier den Seilus, den bind ich hier, ne? Ich kann mitte rein rotieren, hab aber kein Ult, aber ich bin... Oh, shit. Geht hier noch was? Ist load. Wieder kein Kill bekommen. Geiler Kick. Sind statt Bock, der hat immer noch Bock. Guck mal. Flip. Ich gucke. Alles daneben. Perfekt. Sind wir scheiße, Mann. Wir sind wirklich so arsch. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich kann alles wollen. Tatsächlich auch wenn ich... Obwohl, warum bin ich denn Level über dem? Ja, ich bin auch unterwegs, hab ich... Oh, nein. Ist meiner, ist meiner, ist meiner, ist meiner, ist meiner, ist meiner. So was von meiner. Geil. Ja, ja. Ich denke, wir haben für unser Team einfach sehr erfolgreich die Crash absolviert. Scheiße, der Smaller hat mich komplett outplayed, da war ich zu motivieren, ich wollte ihn unbedingt töten. Guck mal hier. Ja. Der will weg, der haut ab. Ja. Kann ich nicht. 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 einen Trick machen. Ne, mach mal bitte gar keinen Trick. Bitte keinen Trick, Johnny. Alles nur kein Trick. Haben wir. Ja. Ah, schade. Da war ich leider schon zu low. Bitte, 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 bitte. Ja, ich komme. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ihr habt das, ne? Ja, gut. Das ist doch ein Nash-Winkel, oder? Der Nash-Winkel ist auch gar nicht vermied. Ich bin Akali, ich kitzel den, da passiert überhaupt nichts. Ich hab das doch, entspann dich. Jetzt kann ich noch ganz entspannt die Botwein fahren. Komme. Hast du. Schade, aber guter Versuch. Der Kutscher, ich hab mich wieder ein bisschen verkauft gefühlt. Ja. Hätt schon das Gefühl, dass... Ich nehm das zur Kenntnis. Oh, die haut ab, Jungs. Die Geistessicht. Ich hab das Gefühl, wir sitzen so ein bisschen im Rucksack von der Zeri. Das merkt gar nicht. Und wo? Ich hab missplayed, Johnny. Ich hab missplayed. Hä? Der hat dich gesmoldert, ne? Der hat mich gesmoldert, ja. So, wir probieren's nochmal hier. Aber warum kann die jetzt nicht hier nicht reingehen? Let's go. Hab sie. Äh, ihn. Wo sind der Simpsons? Ich dachte, ich kann das nicht spielen, wenn die Jungen nicht reingehen. Aber irgendwie wollt ihr nicht. Und was ist darum passiert? Serie limit testet einfach nur. Okay, ich hab jetzt Sonja's. Sehr gut. Oh shit. Hm, schade. Hab ich mir anders vorgestellt, bin ich ehrlich. Jungen, der singt. Macht schaden, aber sie auch. Uiuiuiuiui. Ohh. Nee, Landau brauchen wir nicht, ne? So, guck mal hier. Wir sind halt grad zwei tot, ne? Okay, 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 okay. Ich komme. Wo dann soll ich bot gehen, lieber? Ne, da geht's zum Schnalchen. Wir spielen das, oder? Wenn du irgendwie was findest, ich bin komplett auf deiner Seite. Ja, ist aber gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, hier kommt Camille, wir müssen dann nach links turnen. Hab ihn, den Doofkopf. Ja, der Simch ist irgendwie nicht da, ne? Scheiße. Das ist aber auch eine absolut brachiale Fetzung hier, ne? Aber wo ist es wohl draus? Ja, ich habe mir einen schönen Taui gegönnt von ihm. Ich bin auch ziemlich tankig gerade. Ist geil, freut mich für dich, Mann. So, ich bin auch sehr gut dabei jetzt, Action. Äh, Gegner haben drei Drakes. Und Nash. Komme. Aber trainiert wird hin. Geil, aber haben wir ihn. Ja, die werden jetzt, glaube ich, zu dir rotieren. Boah, ist das wie so ein Tanz, was ihr beide da macht. Das sieht gut aus. Uh, das war schon wieder die Chogart-Q, äh, Ult, ne? Auf der Q. Ja, damit die einfach killen können. Na ja. Passiert. Jum, äh. Habe ich. Das sieht ja, die haben halt zu schnell weit gekommen. Ja. Ja, ich sag's mal so. Ich war wenigstens nur unterhaltsames Game. Du hast das ein FF? Ne, also jetzt würden wir es auch noch zu Ende spielen, oder? Ein Fight kann alles entscheiden hier. Die haben Soul. Ja, also ich sag mal, die Serie ist ungefähr, würde ich sagen, 4000 Gold über ein Frühbild. Ja, das ist ein Problem, weil sie kann ja irgendwann nicht mehr stärker werden, ne? Das ist wohl doch schon. Guck mal, da kommt eine fette Mauer. Die macht schon Damage. Die ist auch schon tanky, aber irgendwann kommt halt auch die an ihre Grenzen. Alter, ist das dumm. Ich meine, wenn sie da nicht in den Tamiya beflasht, dann ist es probably the time. Oh, du hast Juni auf dir. Ja, ich hab vor allem... Ach, scheiße. Kein Wolfsdorf, Mann. Ah, das ist ja kommst du winnable, oder nicht? Ja, oh nein. Hier, sie sollen pushen. Geil. Was hältst du davon, wenn wir nach diesem Game TFT spielen? Nee. Und die Serie hat jetzt sogar ihren Boots verkauft, ne? Also, das sieht schon böse aus, was sie da im Inventar alles hat. Ja, 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 das ist gut, das ist gut, das ist gut. Haben wir noch einen Smulder? Ja, hast du den Kick? Ja. Wunderschön delivered. Das ist sehr gut. Und jetzt dreht er aber auf der LP, geht das Johnny. Ja, Nash ist auch eine Option. Ja, das könnte ein Problem sein. Die Serie hat leider keine Hände. Ja, ich glaube, dann solltet ihr da ganz schnell raus. Jetzt ist nämlich das Game sonst vorbei. Alter, das ist ja richtig, das ist der andere. Junge, der one-shotted die Türme. Komm mal. Ja, Sitch muss da jetzt wirklich was machen. Schön. Er wird weggekillt. Alter, macht der ein Damage. Was macht der mit dem Ding? Killt den. Hä? Der hat komplett zugetreten. Ja, wie machen wir das jetzt? Wenn der Camille-Team-VP kommt, sind wir am Arsch, ne? Ey, Christian. Ich probiere mein Bestes, aber Johnny reintet mich die ganze Zeit. Anja kommt. Ja, da kommt die Wand. Kesi, Junge. Nein, ich habe gewisst. Kesi. Ach, Mann. Scheiße. Ich fand aber, du warst... Ach, Jona, das ist so arsch alles. Ah, Kutscher. Wir sind so kacke. Sag mal so, ich glaube, die Serie hatte Spaß. Darauf kommt es auch am Ende an.